Hallo und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Remastered. Beim letzten Mal haben wir 500 Banditen, 2000 Zombies und eine ganze Armee von japanischen Samurai-Kriegern besiegt im Alleingang. So ungefähr, so ein bisschen Erinnerung. Und jetzt schauen wir mal, ob es Joel noch gut geht. Aber echt? Oh, ungut. Äh, hier! Ja, ich hab was. Komm schon. Bisschen höher. Gut, gut, durch, durch, durch. Oh, damn it. Ja, ja, ich kam schon. Ich kam schon. Ich hab nur einmal zu oft die Sprungtaste gedrückt. Bleib still! Nein, nein! Wow. Geschafft. Komm. Die Treppe hoch. Das Gerüst. Darüber kommen wir raus. Okay. Bin dabei. Whatever. Oh, nein. Äh, äh, da rein. Lauf, lauf, lauf! Ich lauf ja schon. Aber wohin denn? Mehr nach! Ach, Mann, wie viele sind denn hier? Wo waren die die ganze Zeit, während wir Party gemacht haben? Oh, nein! Oh, that's not good. Das ist so überhaupt nicht gut. Oh, die Cavallerie. Oh, die Cavallerie. Oh, die Cavallerie. Ich glaub, das war's. Ellie. Ellie, dein Arm. Nein. Nein, 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 nein. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Bin quasi ein Experte. Fast. Ja, wir haben ja gelernt, die Mutter war Krankenschwester. Das hat sie in den Genen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So funktioniert das nämlich. Scheiße! 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 Da vorne ist noch mehr zum Zerschlagen. Was machen wir jetzt nur? Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen's uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten. Oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag... Lass es uns aussitzen. Wir gehen es... romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. Und das war Left Behind. Ein wirklich schöner Zusatz, oder? Für das Spiel. Davon hätten die ruhig noch mehr machen können. Aber, wie gesagt, in den letzten Folgen habe ich schon viel drüber geredet. Aber der zweite Teil kommt ja. Ist auf dem Weg. Joa. Und ich sag... Tschüss. Die Folge ist leider ein bisschen kürzer geworden. Als ich wollte. Aber man hat es nicht immer so hundertprozentig unter Kontrolle. Dafür werden manche dann auch wieder länger, weil ich die Zeit übersehe. So ist es im Leben. Und ich lass euch jetzt mit dem Abspann hier alleine. Macht's gut. Ciao. Und ich sag mal. 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 Danke fürs Zusehen. Und ich sag mal.